Musik Sie möchten finanziell frei und unabhängig sein? Möchten monatlich ein passives Zusatzeinkommen aufbauen? Sie möchten ihr Geld für sich arbeiten lassen, ohne dass sie sich aktiv darum kümmern müssen? Und sie möchten es dabei vor Inflation schützen? Dann haben wir etwas für sie. Doch von Anfang an. Wir werden immer älter. Als Individuen und als Gesellschaft. Doch die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie entwickeln wir gemeinsam Lösungen, von denen alle profitieren? Diese Gedanken beschäftigen das Familienunternehmen Pro Urban inzwischen seit knapp fünf Jahrzehnten. Schon früh ist das Thema Pflegebedürftigkeit in den Fokus gerückt. Aus diesem Grund plant und baut Pro Urban mit über 45-jähriger Expertise Immobilien, die dauerhafte Werte für die Gesellschaft schaffen. Als einer der Pioniere im Segment der Pflege, weiß das Team genau, worauf es hierbei ankommt. Und daran sollen nicht nur die künftigen Bewohner, sondern auch Sie als Anleger teilhaben. Bei Pro Urban können Sie Ihr Vermögen aufbauen und anlegen. Und das nachhaltig und sozial. Als Käufer erwerben Sie eine grundbuchlich gesicherte Einheit. Das bedeutet für Sie, Sie können die Wohnung auch mit Krediten finanzieren, Sie können die Wohnung verkaufen oder auch vererben und verschenken. Also eine echte Sachwertanlage. Ihr neues Eigentum wird mit einem 20-jährigen Pachtvertrag an die Aloheim Seniorenresidenzen verpachtet. Einen der drei größten privaten Betreiber Deutschlands. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Betreuung und Pflege ist der Betreiber ein wichtiger Eckpfeiler Ihrer Investition. Ihr Pluspunkt? Im Gegensatz zu klassischen Immobilien müssen Sie sich dabei um nichts kümmern. Weder um die Vermietung, noch um Renovierungen oder andere zeitaufwendige Herausforderungen. Und das bei planbaren und fest vereinbarten Pachteinnahmen. Doch neben dem Betreiber spielen auch die geografische Lage ihrer Immobilie und die pflegerische Nachfrage eine entscheidende Rolle. Eine ausreichende pflegerische Versorgung ist in Deutschland Mangelware. Es gibt einfach nicht genügend stationäre Pflegeplätze. Insbesondere im Osten Deutschlands ist es so, da sind die Wartelisten in Pflegeheimen besonders lang. Pro Urban baut Pflegeimmobilien daher dort, wo die Nachfrage bereits heute und auch in Zukunft nachhaltig am größten ist. Dort, wo es auch die wichtigsten Betreiber Deutschlands hinzieht. Unsere Pflegeimmobilie am Nehmerowerholz entsteht im Zentrum Neubrandenburgs und damit in der drittgrößten Stadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Da hier bereits 30 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre ist, werden neue Pflegeplätze an dieser Stelle dringend benötigt. Neubrandenburg. Hier treffen Vielfalt und Lebensqualität auf Natur und wunderschöne Landschaft. In unmittelbarer Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen und zum Tollensesee bietet das Seniorenzentrum am Nehmerowerholz die perfekte Verbindung aus Urbanität und Erholung. 113 pflegebedürftigen Menschen wird Aluheim ab Herbst 2021 in unserem Seniorenzentrum ein neues Zuhause bieten. Bedeutet für Sie wiederum 113 Möglichkeiten für Ihre finanzielle Vorsorge. Inzwischen sind Sie wieder fünf Minuten älter geworden. Doch nun wissen Sie, wie Sie Ihr Geld inflationsgeschützt und sozial anlegen. Und dabei noch für Ihre finanzielle Unabhängigkeit vorsorgen können. Mit Ihrem Portfolio Care Apartment von Pro Urban. Dann aber auch etwas über die Administration von Pro Gras für Ihnen. Wungerren und Helden bestなる. Wungerren und Helden best extreme. Und dabei noch für Sie ist eine schilder colle. Aber wenn Sie im Monat presidentsituation phenomenal.